Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Lügentochter aus dem Magellan Verlag näher zeigen. Das Buch hat 320 Seiten, kostet 17 Euro und wird ab 13 Jahren empfohlen. Ja, in diesem Buch geht es um das Mädchen Piper, die eines Tages aufwacht und nicht mehr weiß, wo sie ist und wie sie dorthin kam. Sie versucht sich zu erinnern, was passiert ist, doch weder die Umgebung noch die Frau, die sich plötzlich um sie kümmert, sind ihr vertraut und sie sehnt sich nach ihrem Zuhause und ihrer Familie zurück. Sie wuchs nämlich in einem Haus fern von der Außenwelt, der bösen Welt, wie ihr Vater und ihre Mutter ständig predigten, zusammen mit ihren Geschwistern auf. Die Eltern warnten ständig, wie böse die Außenwelt sei und dass die Regierung sie alle nur krank machen und zu seelenlosen und gesteuerten Wesen machen wolle und sie sich deshalb eben komplett davor schützen müssen, indem sie nur ihnen glauben dürfen und nur in ihrer eigenen Gemeinschaft bleiben. Und ja, doch als Piper eines Tages nach ihrer sogenannten Initiation der Aufnahme in die Gemeinschaft, in die Kolonie, nicht mehr in ihrem Zuhause aufwacht, sondern an einem fremden Ort kommen ihr immer wieder merkwürdige Erinnerungen hoch. Sie weiß nicht mehr, was Wahrheit oder Lüge ist. Wer ist die neue Frau, die alles versucht, um Piper's Vertrauen zu verdienen? Und warum holen ihre Eltern sie nicht endlich ab? Und wo sind ihre Geschwister? Was ist passiert? Kann sie zurück in die Gemeinschaft oder muss sie für immer an diesem neuen Ort bleiben? Und hier habe ich zum Beispiel eine Textstelle, wie die Gemeinschaft in den Augen des Vaters ist und was die Regierung dabei für eine Rolle spielt. Unsere Gemeinschaft wurde von Agenten infiltriert, die sich als Gläubige ausgegeben und einige unserer Mitglieder unter Zwang mitgenommen haben. In den Augen der Regierung sind wir hochgefährlich, weil wir besinnungslosen Konsum übervölkerte Städte und den Einsatz von Psychopharmaka ablehnen. Ohne das alles würde nämlich ihre gesamte Wirtschaft zusammenbrechen. Das ist also so ein kurzer Einblick, wie der Vater das Ganze sieht und wovor er seine Kinder praktisch zu schützen versucht und wo Piper eben aufgewachsen ist. Ja, ich will euch nicht zu viel verraten, nur so viel. Es hat mich absolut von den Socken gehauen. Also es hat mich sofort von erster Seite angepackt und ich habe das Buch nicht mehr aus der Hand legen können. Die Aufteilung in Davor und Danach, habe ich hier vorhin gar nicht, bin ich gar nicht darauf eingegangen. Also es ist immer ein Danach, das heißt, als sie wach wurde und ein Davor. Und dann kann man so eben immer wieder, ja, einfach zurückblicken. Und genau hier ist so ein Davor. Und so ist es eben aufgeteilt. Dann hat man immer wieder diese Rückblicke in ihr Leben in der Kolonie und das Leben nach der Initiation. Und was danach geschah, wird dann eben gezeigt in Form von Danach. Und die Geschichte von Piper war absolut fesselnd und sehr emotional, muss ich sagen. Die Autorin des Buchs hat hinten ihre eigene Geschichte wiedergegeben, beziehungsweise was sie zu dieser Geschichte geführt hat. Und ich empfehle euch, dieses auch unbedingt zu lesen. War super interessant. Wer sich also für fesselnde, realistische Geschichten interessiert, wird mit diesem Buch eine unglaublich intensive Erzählung bekommen. Also absolut zu empfehlen. Das war mein erstes Buch in diese Richtung, Richtung Sekten und so weiter. Und hat mich wirklich sehr, sehr, ja, bewegt. Hier ist zum Beispiel jetzt auch, nachdem sie fast am Ende dann, kommt dann alles eben hoch. Und dann sagt sie, und plötzlich weiß ich alles wieder. Es bleibt super spannend bis zur letzten Seite. Man will unbedingt wissen, wie es zu Ende geht mit Piper. Und genau, was sie eben erlebt hat, was dazu geführt hat, kann ich euch wirklich sehr, sehr, sehr arg empfehlen, das Buch. Auch für Ältere, nicht nur für Jugendliche. Mir hat das sehr gut gefallen. Das Buch findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Und dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, 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 sehr.